Moin oder was geht, Cosmo hier Leute, heute nur ein kurzes Video, ein kurzes eigentlich so ein Infovideo deswegen geht's auch direkt los Leute, wir sehen uns nach dem Intro warum jetzt eine kurze Streampause kommt, so von, keine Ahnung, von ein paar Tagen Leute werdet ihr in diesem Video erfahren, also darum geht es halt einfach warum jetzt eine kurze Streampause kommt in diesem Video Leute und bleibt dran, wir sehen uns nach dem Intro, bis gleich Leute, wir gehen natürlich wieder in den wohlbekannten Brawl TV, die zocken ja gerade Brawl Ball ähm, ich war immer noch nicht in Brawl TV, wer in Brawl TV war, kannst du mal in die Comments schreiben also Leute, ganz kurz, also ich kann, ich fahr kurz, also ich fahr weg, ne, in Urlaub sozusagen deswegen kommt jetzt eine kurze Streampause Leute, ähm, es kommt jetzt aber nichts, also es kommt nicht nichts es kommen trotzdem jeden Tag Videos, also mindestens jeden zweiten Tag Leute, jetzt schreibt mal bitte in die Kommentare, wann ich die Videos immer rausbringen soll ich bin da relativ flexibel, ich kann um 10 Uhr, um 12, um 14 Uhr, um 15 Uhr, um 12, 13 Uhr um 16, 17, 18, 19 Uhr, könnt ihr entscheiden, wir können auch um Mitternacht machen aber das wäre nicht so empfehlenswert, also Leute, ihr könnt entscheiden, wann die Videos rauskommen sollen ähm, ja, schreibt es einfach in die Kommentare, ich habe jetzt ein paar Videos so, ne Alter, guckt euch mal, wie die teamen, Alter, guck mal, 4 8-Bits, deswegen Leute niemals Solo-Showdown spielen, also außer ihr teamt auch, aber guckt euch das an, 4 8-Bits heftig, was ist denn da los, und dann, vor allem wenn dann, Alter, wie kann man denn da gewinnen 6 8-Bits sind dann auch, egal, das ist nicht das Thema, Leute, also schreibt mal gerne in die Kommentare also wirklich jeder, mindestens jeder zweite Tag kommt ein Video, aber ich versuche sogar jeden Tag ein Video rauszubringen und ja, deswegen kommt jetzt eine kurze Streampause für ein paar Tage, Leute, nicht wundern, ne auch gerade ist auch sehr, sehr viele sind im Urlaub, Leute, wenn ihr im Urlaub wart oder seid schreibt mal gerne in die Kommentare, wo ihr wart, äh, oder wo ihr gerade seid, würde mich interessieren viele sind, glaube ich, ein kurzer, glaube ich, ähm, ja Leute, also, ne, nicht wundern, kurze Streampause trotzdem jeden Tag kommen Videos und schreibt mal gerne in die Kommentare, wann ich immer die Videos raushauen soll ich habe immer so als, äh, Punkt so 16 Uhr, aber ich kann auch um 10 Uhr morgens, um 12 Uhr, 13, wie gesagt, ne Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, wann ihr am liebsten die Videos haben wollt ich kann ja auch mal eine Abstimmung machen, hier irgendwo vielleicht, und ja, stimmt mal gerne ab, Leute das war es eigentlich auch schon mit dem Thema, es kommen wirklich wie viele, viele nice Videos, ähm, auf euch zu und wenn ich wieder da bin, kommen wieder auch richtig nice Streams und auch wegen dem Mod-Thema, ähm, nach den Ferien wird das alles geklärt. So, das war es eigentlich mit dem Video zusammengefasst, ne, Leute, ich fahre in Urlaub ich bin für ein paar Tage weg, ähm, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wann ich immer die Videos raushauen soll ich versuche jeden Tag natürlich ein Video rauszuknallen und das war's, ne, und wir sehen uns dann wahrscheinlich live, wieder ein paar Tagen, Leute ich weiß jetzt noch nicht genau, ich halte euch auf jeden Fall ihr könnt mir gerne auf Insta folgen, ich heiße da Cospo, da werdet ihr die neuesten News erfahren, Leute, ne und ihr könnt euch so im Rahmen halten, jeden Tag um 16 Uhr kommt ein neues Video das könnt ihr euch so im Kopf bemerken, ne, könnt ihr gerne immer reinschalten, gerne liken und immer kommentieren würde mich auf jeden Fall freuen und in diesem Sinne, Leute, haut rein und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder ihr könnt mir auf Insta folgen, um die neuesten News nicht zu verpassen, Leute, haut rein die Pam hat sogar gewonnen, Leute, haut rein und bis dann, ciao, ciao Ciao